1. Bundesliga-Spiel für Bakeri Jatta. Der Pflichtspiel-Tor für den Hamburger Sportverein. Jetzt hat er den Ball, jetzt muss er nur noch mehr spielen, er schießt er noch sofort und er läuft! Jaaa! Für die Möglichkeit zu Jatta, Marinhobe! Jaaa! Jaaa! Das Ball jetzt aufbaka, Jatta von dem Kraftraum! Jaaa! Jaaa! Ich bleib hier!